Hallo zusammen, ich bin Christian und ich werde euch den Buch Mechanikpraktiker Fachrichtung Glas vorstellen. Kommen Sie mit! Mechanikpraktiker und Mechanikpraktikerinnen in Fachrichtung Glas machen anhand von technischen Zeichnungen hochpräzise optischen Bauteilen aus Glas. Die Bearbeitung der Glasblöcke erfolgt mit konventionellen, NC und CNC gestörten Maschinen. Durch Schleifen, Leppen und Polieren stellen sie ebene und gewölbte Flächen her. Mit diesem Mikroskop werden Sie auf Qualität gerufen. Das Coole am Beruf ist abwechslungsreiche Arbeit, Arbeiten im Team und interessante Herstellungsverfahren mit viel neuen Technologien. Jetzt hat es einen kleinen Einblick bekommen im Beruf Mechanikpraktiker Fachrichtung Glas. Wenn wir die Neugierung gemacht haben, dann bewirb dich doch. Wir freuen uns auf dich!